. . . . . . . Nein, das ist äh nicht, äh das ist nur ein Rad. Und tatsächlich, ich spiele mit einem Xbox Wireless Controller unter Windows 8.1 Ähm Ja, Onikira Daemon Hunter, das spielen wir heute. Daemon Hunter heißt es, wenn man es richtig ausspricht. Und ich spiele heute, was mich allerdings hier gerade wundert, hier unterscheidet Alpha Version 6.8.9. Eigentlich spiele ich hier mit Beta Material. Ich möchte euch jetzt einfach noch die letzten Tage bis zum Release hiervon etwas zeigen. Der Release ist verschoben worden zum 27. August. Und danke an Head-Up Games für den Beta-Zugang, sodass wir euch hier ein bisschen noch was zeigen können, bevor es richtig losgeht. Ich sage es einfach mal, New Game. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich ehrlich gesagt einlasse. Ja, warten wir einfach mal ab, was mich da treffen wird. In a instant japan, it was said, if a... Okay, da habe ich jetzt zu spät angefangen. Macht aber nichts, ihr konntet euch das hier nicht durchlesen. Es ist ein 2D-Sidescroller mit jeder Menge Kampfeinlagen und was war es in Summe? Ich glaube, sieben. Irgendwas mit zehn plus minus herausfordernden Regionen. Da bin ich mal unheimlich gespannt drauf. Kann man das hier eigentlich ein bisschen vorspulen? Ähm, okay, ja. Das hier sprühen wir mal ein bisschen vor. Das ist jetzt halt die Geschichte zu dem Ganzen. Ähm, denke mal, das müssen wir uns das nicht komplett anschauen. Ich denke, hauptsächlich interessant für uns, wie auch für euch, ist natürlich das Gameplay. Den Test dazu wird es auf Game Together geben. Und jetzt die letzten vier Tage bis zum Release am 27. August. Ja, da spendieren wir euch jeweils ein Viertelstündchen. Ähm, auch das hier spüren wir mal vor. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal sehr gut anzuhören. Das klingt traditionell. Fernöstlich. Auch wenn ich jetzt gerade einen französischen Akzent benutze. Ich weiß nicht, wieso. Fragt mich bitte nicht. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann könnt ihr mir das natürlich gerne sagen per Like oder ein Abo. Wenn, ähm, es euch nicht gefällt, dann... Oder ihr gar Wünsche habt, was die Let's Plays angeht, ähm, dann... Ähm, sind natürlich eher Kommentarerwünsche, zumindest mal von mir. Ja, so, ähm, was kann ich denn hier tun? Also mit A, also mit Grün springe ich, äh, Blau ist angreifen, Rot ist nicht belegt. Und das hier ist irgendwie so ein Aufwärtsziehen. Ah ja, ich sehe gerade, wenn ich... Okay, alles klar. The Beach, äh, scheint hier glaube ich gerade eben. Das Scream kam von der Stadt. Ich muss die Menschen protektieren. So, also irgendwie kam hier gerade ein Schrei. Aber ich glaube, das ist die falsche Richtung. Sieht aber so schon mal echt geil aus, muss ich sagen. Könnte, äh, nach der Release, äh, nach dem Release dann tatsächlich in meine Let's Plays einfließen. Und die Action beginnt. Wir werden eingekastelt. Breath X to Attack. Ja. Und da ist es auch schon... Oh, das war nicht der Einzige. Äh, Moment. Äh, yes. Ah, miss. Ich wollte denn eigentlich gerade eine Luft zerflippen. Yeah. Yes. So. Ähm, mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Was kann ich mit RB machen? Okay, das ist so... Okay, damit kann ich so vorwärts sprinten. Die LT und RT-LB sind nicht vergeben. Hä? Äh, ich bin gespannt auf den... Was, äh, press Y to Launch an Enemy. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Und wenn wir richtig schön in der Luft abflicken... Ähm, kommst du, Papa? Oh, was ist das hier für ein komischer Schäbel? Mit seinem Laser? Ich denke, der letzte wäre cool, oder was? Au, au, au. Okay, zuerst die Köpfe weg. Yeah. Oh. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich habe den nicht richtig erwischt. Moment, du darfst gleich nochmal. Yes. Spüre meinen... Ah, warte mal, Moment, 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 Moment. Ah. Kommt zu, Papa. Ich dachte... Okay, schade. Ich dachte, der macht die Kombo nochmal. Das ist ja hier so, ne? Ach, ich muss das gedrückt halten. Und dann offen und dann nochmal drücken. Ja, okay, hoch und jetzt nochmal drücken. Okay. Alles klar. Alles klar, ich habe es kapiert. Ich habe es verstanden. So. Ah, Doppel A. Okay. Es ist jetzt gerade irgendwie so eine Art Trainings-Session zur Kampagne, oder was? Oder wie? Oder wo? So. Oh, oh. Press right bumper to dodge touching makes Chiru momentarily in... Okay, gut. Also das ist eben dieses RB. Ähm, das ist das Ausweichen. Ähm, das ist dieses hier. Oh, 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 oh. Den Kopf da wegmachen. Und springen. Achso, halt, Moment, 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 Moment. Jetzt. Jetzt. Oh, ha, 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 ha. Yes. Zerschnitzelt. Okay. Oh, Mist. Okay, warte mal, ich muss eben die Köpfe schnell wegmachen. Die geben es uns nur auf die Nüsse. So, right bumper. Oh, 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 oh. Puh. Okay. Ähm, Moment. Ne, das hat nicht funktioniert. Wieso? Gedrückt halten. Und jetzt nochmal. Genau, richtig. Oh. Das ist meine Leben nehmen ab. Lass mich hier raus. Das ist aber auch eine geile Hintergrundkulisse für ein... Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich spiele nicht so oft Sidescroller. Aber es könnte mal wieder durchaus Zeit werden. Und, äh, die wollen... Achso, ich muss aufpassen. Und weg damit. Ähm, jetzt... Oh, oh, oh. Ich hätte aufpassen sollen. Ich hätte nicht in eine Strahle springen sollen. Ich habe eine Strahle zu spät gesetzt. Verdammt. 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 So, was ist denn das eigentlich links unten für eine Anzeige mit diesen Schädeln? Okay, das war's. Das reicht. Das genügt. Moment, 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 Moment. Ich habe es gleich. Und jetzt. Und voll auf den Boden mit runternehmen. Weg damit, weg damit, du ungezücht. Und actionchecksen. Oh, mehr Kupfe. Warte mal ganz kurz. Und ich mache mal eben kurz leer. Dankeschön. Oh, ho, 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 ho. Oh, zack. Haha, der ist fix, der Kleine. Aber ich bin noch fixer. Auch wenn das jetzt gerade irgendwie falsch klar ist. Mal gut. So. Oh. Ja. Ja. Aus der Luft, aus der Luft. Da macht es doch am meisten Spaß. Okay, ausweichen, ausweichen. So, die Köpfe weg, Mist. Diese Köpfe und ihre Laserstrahlen. Yes. Und, weg damit. Alter, was war denn das? Geht es hier noch mal? Oh, gut, es geht wahrscheinlich nicht ohne Gegner, ne? Na gut. Oh, oh. Was kommt jetzt? Oh, shit. Irgendwas Großes, glaube ich. Oh, shit. Was zum Geier bist du denn? Ich will mir das eigentlich näher angucken. Scheiß, die Wandern, was bist du denn? So, warte geht's. Laufen, 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 laufen. Oh. Und, ausweichen, ausweichen. So, Köpfe weg. Das ist schon mal gut. Gut für meine Gesundheit. Und die anderen brennen, glaube ich. Ich habe die gerade wunderbar da runtergeschoben. Und, ausweichen. So, Kopf von hinten. Und, euch. Jawohl. Einer ins Feuer. Die anderen kommen hier nicht rüber. Jawohl. Auch gleich direkt wieder ins Feuer. Und, euch gleich hinterher. Oh. Den anderen habe ich zu weit geschuckt. Muss ich eigentlich schneller dieses große Ding da sein? Das kommt mir fast hervor, ne? Und, da hebt die Fakke alles ab. Was ihm vor sein komisches Auge da kommt. Hallo. Ich habe dich doch weg gemacht. Klappt. Yes! In den Dreck. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich muss gleich weiter. Der große Dicke da hinten möchte ansonsten, damit das Dorf niederbrennen. Es ist nur für eine gewisse Zeit, wo dieser Strahl tatsächlich Schaden macht. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber das hat eben nicht so ganz gut geklappt. Na gut, kriegen wir auch noch hin. Ach du Scheiße, hier brennt alles. Alles am Brennen. Oh verdammt, was für eine. Oh, Checkpoint. Jawohl, sehr schön, sehr praktisch. Den werde ich auch brauchen vermutlich mal ganz schwer. Kommt alle zu mir. Ich werde euch zeigen. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Habt ihr es gesehen? Der Strahl kommt. Das ist mir jetzt. Ich habe mir jetzt gar nicht auf der Strahl kommt. Und es kommt eine Energiekugel raus. Das ist der eigentliche Schaden macht. Und? Nein. Halsche Richtung. Das ist Feuer. Oh. Du musst dran glauben. Du gehörst zu dem Bösen. Hier sind alle Böse. Fuh, Böse. Kennt eigentlich von euch jemand... Oh, Shit. Kennt eigentlich von euch jemand zufälligerweise Silvusenwelten? Ich könnte mir jetzt gerade echt die Kommentare hier gerade so vorstellen. Und weg damit. Okay. Scheiße. Ich glaube irgendwas hat mich gerade erwischt. Verdammte Axt. Okay. We tried again. Es wird Punkt ab zu gute Leistung geben, vermute ich mal. So. Los geht's. Kann ich eigentlich auch? Ne, ne? So ein Schnellrenner oder so geht irgendwie nicht. So. Erstmal euch weg. Merci. Und dich dann ins Feuer. Und dann euch mit hinterher verschwindet. Also nicht auf die andere Seite. Sowas eigentlich nicht gemeint. Aber gut. So. 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 Ich muss mich gerade loben. Ich muss mich gerade loben. Auf kein Leben verloren. Ja. Scheiße war's, ne? Oh. 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 So. Auch wenn ich kein Muskel hier bin. Oh. Ich reiße trotzdem die Arsch auf. Okay. Da meins ernst. Press Y. While. Was? While. In the Air to execute a Slam-Attack. Ach so. Ja, das ist dieser, das ist dieses hier Und zack Nein, du lässt das Mit diesen Blitzen Oh, ich seh gerade Ach so Der mit seinem komischen Schild Da komm ich wohl nicht anders da ran Aber den kann ich jetzt zwar alleine auch Gut fertig machen Zack Wo die Köpfe sind schon mal weg Dunkin Donuts Coming to you Frisch auf mein Schwert aufgespießt Oh, 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 oh Nein, so nicht So nicht Nee Heheheheh Heheheheh So nicht So nicht So nicht So nicht